Hey Leute, heute mit dem Thema, meine Ex meldet sich bei mir, hat aber noch einen anderen oder trifft sich generell mit anderen Kerlen. Das hatte ich in letzter Zeit mal wieder häufiger, weswegen das Thema scheinbar einige von euch betrifft oder noch betreffen könnte. Erstmal gehe ich davon aus, dass ihr es auf die Reihe bekommen habt, euch von möglichen Rebounds und emotional von ihr fernzuhalten. Sprich, ihr seid oder wart in der Kontaktsperre. Wenn ihr es wirklich geschafft haben sollte, den Kontakt zu halten, obwohl sie einen anderen hat. Glückwunsch, ihr seid vermutlich ihr Plan B und werdet beim Scheitern der Beziehung entweder langfristig gebencht oder als Notfallplan rangezogen, weil sie nicht mit sich selbst klarkommt. Das macht es für sie einfacher, auf euch zu verzichten und sich nach der Beziehung, Freundschaft plus oder sonst was mit ihm direkt wieder auf den Datingmarkt zu werfen, statt euch eure gewünschte Chance zu geben. Sich eine Chance zu wünschen, ist generell das schlechtmöglichste Mindset, zu dem das passieren kann. Klar, verstehe ich jeden, der sich das nach der Trennung wünscht. Das ist nur menschlich. Aber wenn ihr in diesem Zustand verbleibt und sich das hält, bis sie sich von dem anderen Typen trennt, dann gehen eure Erwartungshaltung und Bedürftigkeit schlagartig nach oben, während sie langsam aber sicher merkt, dass sie euch in der Tasche hat. Beziehungsweise in der Hinterhand, falls etwas Neues schiefgehen sollte oder sie in einer angemessenen Zeit niemanden findet. Dass ihr nicht unbedürftig geworden seid, während sie es mit dem Neuen probiert hat oder sie gedatet hat, sorgt dann dafür, dass ihr nicht in der bestmöglichen Position seid, in der ihr sein könntet. Also geht so schnell wie möglich in No Contact. Primär für euch und sekundär, um ihr nicht noch mehr Druck zu machen, beziehungsweise um Ungewissheit auf ihrer Seite zu erreichen. Denn wenn sie euch anschreibt oder sich wieder mit euch treffen will und sie dafür keine innere Hürde genommen haben muss, dann habt ihr ein Problem. Nennt sich grundsätzlich emotionale Offenheit, in dem Fall fehlende emotionale Offenheit. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Jemand, der euch wirklich will, jemand, der wirklich Interesse an einer langfristigen Zukunft mit euch hat und Anziehung zu euch verspürt, der würde niemals diese Zukunft aufs Spiel setzen, indem er oder sie die Priorität nicht komplett auf euch legt. An der Stelle muss man allerdings auch gendern. Männer können das generell. Das heißt nicht, dass sie es tun. Und auch hier würde ich auf die Handlung achten. Aber bei Frauen, aufpassen, jetzt kommt's, Frauen können nicht zu zwei Männern die gleiche Anziehung haben. Sie werden sich früher oder später für einen entscheiden. Innerlich, unterbewusst. Und es wird der sein, der die höhere Anziehung auf sie ausübt. Männer können Anziehung zu zwei Frauen haben. Oder auch keine Anziehung zu einer und zu der anderen schon. Bleiben trotzdem tendenziell bei der, die sie lieben. Wobei Liebe nicht gleich Anziehung ist oder sein muss. Daraus können wir eine Sache schließen. Lässt man zu, dass die Frau sich mit anderen trifft oder sogar noch mit einem anderen in einer Beziehung ist, macht man sich durch diese Handlung allein zu einer Option. Einer schlechten Option. Denn man würde das nicht mit sich machen lassen, wenn man wüsste, was es heißt und seinen Wert darüber einordnen würde. Das macht man meistens aus der Hoffnung heraus, dass sie sich für einen entscheiden wird, wenn man nur zeigt oder sie erkennt, was man zu bieten hat. Aber allein über diese Handlung merkt sie unterbewusst, wie bedürftig dieses Bedürfnis eurerseits ist. Und unlustigerweise entscheiden sich Frauen in den meisten Fällen für den Mann, der ihnen in so einem Fall weniger hinterherläuft. Nicht, weil er unbedingt ein Arschloch ist, auch wenn das gesellschaftliche Narrativ einen das an der Stelle denken lässt. Nein, weil er seinen Selbstwert hochhält und diesen Mist nicht mit sich machen lässt. Im besten Fall ganz natürlicherweise. Und nicht unbedingt, weil er blickt, was das mit der Frau macht. Aber wieso nicht beides zu seinem Vorteil nutzen? Einmal, weil man sich selbst weitergebracht hat und über so einem Mist steht. Und dann, weil man die Fakten dazu kennt. Dazu ist ja auch das Video da. Jetzt gibt es, wie erwähnt, zwei Optionen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Einmal die Ex, die sich aus einer Beziehung heraus meldet. Ich kann euch von Anfang an sagen, wenn die einen anderen hat und die Anziehung beispielsweise durch die Limmerenzphase am Anfang der Beziehung extrem weit oben ist, dann sieht sie euch als Neutrum an. Was könnte sie wollen? Jemand, bei dem sie sich ausheulen kann oder vielleicht fühlt sie sich generell bei euch wohl, bringt aber nichts weiter, als dass ihr in die Friendzone geschoben werdet. Frauen unterscheiden durch ihre Gefühle, Stichwort Anziehung, zwischen Liebhabern und, ja, quasi Freundinnen. Bist du nicht das eine, bist du das andere. Das ist sehr leicht daran festzumachen, ob sie mit euch in die Kiste springt. Tut sie das gleichzeitig mit einem anderen? Früher oder später geht das schief. Das verspreche ich euch. Unter anderem deshalb halte ich auch rein gar nichts von offenen Beziehungen. Sobald eine Frau mit euch in die Kiste geht und sagt, dass sie sich noch mit einem anderen trifft, ist sie in meinen Augen kein Beziehungsmaterial mehr. Denn das erhöht die Chancen immens, dass ihr bei irgendeinem kleinen Scheiß abgelehnt und zurückgelassen werdet. Eben weil irgendwo einer rumläuft, der sie mehr vom Hocker haut oder die Hürde geringer ist, sich umzuschauen und dem nachzugeben. Es ist dann einfach so passiert oder einfach so ein Gefühl. Sie konnte sich nicht länger belügen und so weiter. Wenn ihr euch an der Stelle wundern solltet, dass ich die männliche Fraktion nicht gerade genauso bäsche. Ja, ihr habt recht, Männer bauen auch scheiße. Das macht es moralisch absolut nicht besser. Aber es geht um ein gewisses Risiko, welches sich in der Beziehung mit solchen Frauen ergibt. Darauf müssen Frauen nicht unbedingt achten. Jetzt haben wir hier häufig die Situation, dass die Ex noch in der Beziehung mit dem Neuen ist, aber ihr nicht ganz einschätzen könnt, was sie denn will. Mein Tipp an der Stelle, solange ihr wisst, dass sie noch in der Beziehung ist, macht sie darauf aufmerksam. Ihr wollt nicht ihre beste Freundin sein und euch entweder das Gejammer anhören oder ihr Sicherheit geben, die ihr einen Grund zum Monkeybranchen gibt. Haltet euch raus. Manchmal wisst ihr es einfach nicht, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht. Dann bringt es auf keinen Fall von euch aus in Erfahrung. Geht einfach davon aus, dass sie Single ist, wenn sie Kontakt mit euch aufnimmt. Sollte sich das im Gespräch ergeben, dass es nicht so ist, dann zieht sofort die Grenze. Ihr wollt auf keinen Fall, dass sie von ihm zu euch springt. Das bringt nur Probleme mit sich. Die soll erst mal schauen, dass sie alleine klarkommt und von sich aus die Entscheidung trifft, dass ihr derjenige seid, den sie will. Und dann stellt sie das im besten Fall unter Beweis, indem sie ohne euer Zutun mit ihm Schluss macht und aus dieser Position auf euch zukommt. Am besten mit noch etwas Zeit dazwischen. Aber alles ist besser, als wenn ihr euch mit einer vergebenen Frau trefft. Was meint ihr, macht sie mit euch, wenn sie das an der Stelle durchziehen kann? Genauso werdet ihr dann verlassen, wenn sie zweifelt. Und fragt euch dann teilweise, wie sie nur so sein kann. Das Können ist das Problem. Nicht, dass sie euch in dem Moment will. Die wird euch höchstwahrscheinlich versichern, wie toll sie euch findet, dass es alles ein Fehler war und und und. Glaubt ihr, aber nur für den Moment und denkt an die Zukunft. Die Gefühle einer Frau ändern sich wie die Wolken am Himmel. Wenn sie zu euch monkeybranched, wird erst nach einer gewissen Zeit gezeigt, wie sie wirklich drauf ist, weil ihre Gefühle das mit euch unbedingt wieder wahrmachen wollten. Dann hat sie euch und ja, was dann? Erst dann könnt ihr wirklich merken, ob es wirklich passt. Und meistens hat man dann ein Problem. Stichwort Rebound. Der nächste Punkt, den ich in letzter Zeit immer wieder höre, meine Ex oder eine neue trifft sich mit anderen. Wie schätze ich die Situation ein? Erstmal die Ex. Ob ihr verlassen wurdet oder verlassen habt, ich habe euch vorhin die Dynamik geschildert. Frauen sind auf einen Mann ausgelegt durch ihre Sexualstrategie. Einer ist der Vater ihres möglichen Kindes und den müssen sie gut auswählen. Haben sie sich entschieden, sind sie eine Weile darauf angewiesen. Zumindest evolutionspsychologisch betrachtet. Daher gibt es die Hypergamie. Wenn die Frau da draußen ist und sich mit anderen Kandidaten trifft, dann seid ihr die entsprechende Option. Vielleicht der, der am ehesten geneigt ist, ihr das zu geben, weil ihr eine Bindung zu ihr habt. Vielleicht seid ihr sogar die beste Option. Aber nicht die einzige, weil sie für euch so fühlen würde, als wärt ihr der eine, der was in ihr auslöst, was kein anderer in ihr auslösen kann. Die testet da draußen mit ihrem Marktwert rum. Da ist es egal, ob sie mit denen in die Kiste springt oder sich von ihnen nur das Essen bezahlen lässt. Sie sieht euch nicht als die bestmögliche Option. Und das ist jetzt ein Problem, wie es das auch in der Beziehung selbst bleiben wird. Ich habe von der Hürde gesprochen, die verringert wird. Die Hürde, sich nach weniger Zweifeln bzw. einem geringeren Anziehungsverlust schon nach etwas Neuem umzuschauen und Trennungswürden euch gegenüber aufzubauen. Ihr habt so eine Frau vor euch, die sich nicht komplett auf euch konzentriert. Eine Ex hat euch in den meisten Momenten zu zeigen, dass sie euch wieder will. Und ihr solltet unbedürftiger geworden sein als sie. Das sollte ein leichtes Gefälle zu euren Gunsten sein. Denn dann kann sie sich besser auf euch konzentrieren und will das innerlich auch, weil sie ihr Glück in eurer gemeinsamen Zukunft sieht. Es ist keine Manipulation. Es geht darum, für dieses Glück verantwortlich sein zu können. Sieht sie euch nicht als denjenigen, der die Beziehung geben kann, sondern der, der eine zweite Chance von ihr bekommen würde. Dann vergesst es. Damit sind eure Chancen gerade drastisch gesunken und ihr merkt es durch die Handlung ihrerseits, sich nicht voll und ganz einzubringen bzw. euch zu priorisieren. Da muss man an der Stelle die Eier haben und das Ganze um des eigenen Selbstwertswillen beenden. Grenzen ziehen. Sie hat jedes Recht darauf, andere zu treffen. Das mal hier klargestellt. Aber euch wird sie so nicht mehr bekommen. Was ihr von einer Frau in einer Beziehung generell erwartet, könnt ihr von diesem Punkt an schon erwarten. Ja, es sind heutzutage hohe Ansprüche, aber so filtert ihr auch Leute raus, die es euch höchstwahrscheinlich später umso schwerer machen würden. Ihr braucht Leichtigkeit da drin, damit wirklich wieder starke Gefühle entwickelt werden können. Ihr seid als die rationaleren Menschen dafür verantwortlich, diese Chance zu sehen und den entsprechenden Rahmen zu ziehen. Wenn sie sich nicht darauf einlässt oder es euch schwer macht, dann wird das keine gute Beziehung mehr. Die Beziehungsdynamik kippt, weil ihr euch mit weniger zufrieden gebt, als ihr grundsätzlich haben könnt. Vielleicht wisst ihr das innerlich nicht und bestätigt euch damit in der Narrativreihen, welches dann über den Frame an die Frau weitergegeben wird. Und das sagt nur eine einzige Sache aus. Du bist eine Option und du weißt es. Auch wenn das nicht der Fall sein sollte. Aber was unterbewusst durch die Blume von Mann zu Frau kommuniziert wird, ist wichtig. Weder was angesprochen wird, noch was ihr in dem Moment emotionsgeladen denkt. Hört bei sowas nicht unbedingt auf eure Gefühle. Schaut euch die Fakten an und schaut euch an, wo ihr steht. Akzeptiert ihr so ein Verhalten vor eurer Nase, ist das ehrlich gesagt eine rote Flagge für die Frau. Was Frauen im Datingbereich angeht, die sich mit mehreren Männern treffen. Man muss anfangs immer davon ausgehen, dass sie das tun. Aber mit der Sicherheit, dass sie sich entweder schnell für einen entscheiden oder dass sie einem beweisen dürfen, dass das nicht der Fall ist. Frauen, die das nicht tun, sind an der Stelle natürlich top. Macht es nur nicht unbedingt an ihren Aussagen fest. Auch hier, Taten stehen über Worten. Und nicht alle Taten werdet ihr am Anfang mitbekommen oder auch nur einen Anspruch auf eine Antwort von ihr haben. Aber wie gesagt, auch hier, eine, die sich wirklich eine Zukunft mit euch vorstellen kann und deren Anziehung zu euch extrem hoch ist, die wird den Teufel tun, diese Zukunft zu riskieren und euch einen Grund zu geben, sie abzulehnen. Seht das ein wenig lockerer. Wenn sie es euch offen ins Gesicht sagt, dass sie andere trifft, dann riskiert sie damit offen, dass ihr geht. Seid dann nicht so durstig und lasst euch auf so einen Mist ein. Die hat euch schon als Option abgestempelt und im schlimmsten Fall landet ihr nach und nach in der, ja wir können uns treffen, aber wir schauen nur einen Film und Kuscheln Schublade. Macht's gut und bis zum nächsten Video.